Da da, hier ist wieder die engelsgleiche Stimme, hallo, ich bin Holly LP und heute zocken wir den Greed Mode, wie ihr schon lesen könnt. Mit wem müssen wir es eigentlich noch machen? Mit Evee, äh, Evee. Alles klar, let's go. Evee ist eigentlich ziemlich easy im Greed Mode, weil die diesen Horst Babylon-Effekt hat. Ziemlich geil, ziemlich geilo. Und wir bekommen direkt das Pentagramm, sehr schön. Das heißt, wir haben eine erhöhte Shorts auf den, 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 den Devil-Deal. Auch wenn wir ihn ignorieren. Two of Clubs, direkt zwei Bomben, das ist auch mega fett. Geilo. Jetzt noch den Head of the Keeper bekommen und ich bin ein glücklicher Mensch. Okay, let's go. Let's go. Direkt abkratzen, ne? Direkt abkratzen, komm. Kriegen wir hin. Ah, verdammt nochmal, was ist das? Oh, my one makes you smaller. Das ist schon nicht schlecht. Jetzt hätte ich aber gerne verdammt nochmal Leben. Oh, oh. Äh, komm. Two of Clubs. Wir sprengen mal das hier. Die Items im Shop sind jetzt nicht so prickelnd. Wir können... Oh, w-w-w-was? Wir könnten jetzt natürlich die Brille hier holen und dann nach Geheimräumen suchen, weißt du? Alter, ich werde aber sterben nur so nebenbei. Ich habe nur noch... Oh, my God. So ein perfekter Anfang und ich sterbe jetzt. Wie peinlich ist das denn? Okay. Weißt du was? Vielleicht ist hier Geld drin für ein Herz. Nein. Ich dachte, wenn wir schon so viel Glück haben, dann auf geht's, ne? So, dieser Kopf sorgt dafür, dass manchmal Gegner... Oh, Gott. Spinnen. What the fuck? Äh, manchmal Münzen droppen. Hm. So wie ich das verstanden habe, aber irgendwie... Na, vielleicht brauchen wir mehr Lack, ne? Vielleicht brauchen wir... Ah, da. Guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. So, schnell alles erledigen und schön alles im Überblick behalten. Keinen dummen Fehler machen, wie zum Beispiel... ...in Mitteln von Biedern stehen. Okay. Okay. Sehr schön. Noch mehr Münzen. Sehr gut. Oh, da von unten kommt gleich ein Kackhaufen. Auch angeflogen. Nicht vergessen. Ah, der rennt aber gegen die... Irgendwie warnt der Dödel. Macht das eigentlich auch Damage ab, der Head of the Keeper? Keepers Head? Ding ist, kommt Kiechen. Oh, Gott. Die muss ich jetzt schnell töten, sonst wird es ein bisschen unübersichtlich hier. Perfekt. Und gleich kommt die vorletzte Welle. Blöde Spinnen. Okay. Gefährlich leben wir hier. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Ich brauche unbedingt gleich irgendwie... Ja, wir würden uns auf jeden Fall Schlüssel und ein HP-Abrick holen. Oh, na klar. Diese Freaks, Mann. Ist der tot? Ich glaube schon, oder? Der taucht dann plötzlich so in der Nähe von dir auf und dann bist du Geschichte. Das ist nicht so gut, Mann. Komm her. Komm her. Komm her. Komm jetzt her. Bleib. Bleib du wohl... Hier. Ach Gott, ich brauche unbedingt blaue Herzchen. Ich spiele jetzt auch übrigens mit Tastatur, weil... Mein Daumen tut weh, wenn ich mit Controller spiele. Ich brauche eine kleine Auszeit. Ähm... So, auf jeden Fall das hier und auf jeden Fall das hier, ey. Junge, 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 Junge. Aber einmal im Spielen kann man ja. Ah, er tut nichts. Okay, wir können gleich nochmal ein Herz kaufen. Sissi. Sissi, 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 sissi. Ich hätte aber gerne ein blaues Herzchen, ehrlich gesagt. Komm, lass mal rerollen, bis wir ein blaues Herzchen finden. Ah, tough love, auch nicht schlecht, Mann. Wenn wir noch ganz viel Luck abbekommen und so. Ah, ich will das haben. Ich will den Schlag kriegen. Ich hoffe, wir kriegen genug Geld. Haben wir. Sehr gut. Weil, man sammelt ja viele Münzen ein. Und seit neuestem ist es ja so, wenn du Münzen aufsammelst, bekommst du ja Lack ab. Und je mehr Lack ab du hast, desto öfter schießt du ja... Äh, sag schon. Szene und das ist gut. Übrigens war ich heute gar nicht auf Reddit. Gibt sowas Neues. Ich habe nur gestern Herausgekund mit Jan, als wir im Club gespielt haben. Erstens, dass es fast unmöglich ist, voll schwer, als ich im Club zu spielen, Mann. Immer noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und zweitens, dass man zu vier sogar spielen kann, oder? Und man kann sogar Babys auswählen, die man haben will. Man hat so am Anfang die Auswahl zwischen irgendein Random Baby, wenn man Start drückt. Aber es geht nur mit Controller übrigens. Oder man kann irgendein Special Baby auswählen, die vorgegeben sind. Vier Stück oder so. Und dann kannst du mit denen spielen. Aber wenn die sterben, sind die halt raus. Das macht das ganz interessanter, auf jeden Fall. Also ich kann euch empfehlen, nochmal den Coop reinzugucken mit euren Kollegen. Fallst ihr welche an? Online-Coop gibt es ja leider nicht, Edmund, du Arsch. Devil Deal. Tja. Okay, zwei Kisten. Wer hätte es gedacht? Wahrscheinlich eine Health Down, eine Full Health Bille. Komm. Bombs are key. One makes you small. Ach, du Kacke. Okay. Jetzt sind wir so ein kleiner Winzling. Und wir holen uns auf jeden Fall das. Und wir holen uns auf jeden Fall. Na warte, Schlüssel hole ich mir noch keine. Ich glaube, den Rest lassen wir alles liegen, Mann. Wir können uns ja auf der nächsten Ebene entscheiden. Weil wir jetzt noch nicht wissen, was wir auf der nächsten Ebene so bekommen werden, alles, ne? Mal schauen. Vielleicht bekommen wir Squeezy Tears. Uh. Das wäre doch verlockend. Das wäre doch verlockend. So. Oh, da ist ein Stein. Da ist ein Stein in sich. Da ist ein Herz. Und ansonsten ein Automat. Ähm. Gut. Dann nimm mal das mit. Und nimm mal das mit. Sehr gut. Da war eine Bombe. Aber warte mal. Was kriegen wir für ein Trinket? Dieses Ding hier. Itchy Tasty. Irgendwas mit Spinnen. Irgendwas mit Spinnen. Ich glaube, Gegner spawnen Spinnen oder so. Was hat das zu tun? Das ist auch ganz nett, mein little Unicorn. Weißt du? Falls da gleich etwas schief läuft, kann man ja ganz schnell das Ding einsetzen. Wieso haben wir jetzt plötzlich so viel Leben? Drei Stück? Woher? Macht das HP ab, dieses Item, was wir haben? Oh, guck mal hier. Oh, ho, 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 ho. Wir haben so viel Glück heute. Wir haben so viel Glück. Ähm. Erstmal Leben verlieren. Erstmal Leben verlieren. Sehr schön. Aber nicht zu viel. Das hier mitnehmen. Verdammt nochmal. Ist das eine süße Eve. Und jetzt sprengen wir hier. So müssten wir eigentlich auch den blauen Stein erreichen. Alter. Direkt hier Münzen. Damage ab und... Okay, let's go. Lass es knacken. Head of the Keeper ist echt ein Item. Das musst du haben. Steam Sale fehlt jetzt noch. Wenn du Steam Sale bekommst, boah. Dann hast du einen guten Greed Run. Dann kannst du dir ordentlich Sachen leisten. Nanananana. Und du musst Glück haben, vielleicht den 25 Dollar Penny da zu bekommen. Was? Was lädt denn hier? Hä? Oh, da unten. Heilige Scheiße. Weil der Penny kostet ja 15, aber kriegst 25. Das heißt, 10 München umsonst. Hä? Holtenlust dazu. Geilo. Oh Gott, diese Mistviecher. Nicht ausweichen, wenn die auf dich zukommen. Okay. Ja, keine Ahnung, was mein Trinket noch macht. Ich muss mal irgendwann mal ganz genau alles durchlesen, was die ganzen... Ach, du Kacke machen. Das war jetzt nicht so gut. Gar nicht gut, Mann. Das war jetzt echt überhaupt nicht gut. Scheiße. Und die letzte Welle. Oh Gott. Zum Glück keine Superform. Verdammt doch mal. Komm, mehr Lack ab. Los, mehr Lack ab. Los, Lack ab. Lack ab. Lack ab. Ich glaube, wir machen direkt weiter, oder? Wir machen direkt weiter. Let's kill them. Bist du der Einzige? Ja. Gut, nicht das zwei Stück spawnen. Immer schön alles im Blick behalten. Immer schön alles im Blick behalten, Mann. Unser Damage ist so gut. Das wäre so schade, würden wir jetzt verlieren. Oh, bleibt oben. Auch nur einer. Gut. Ich glaube, wir machen dann auch direkt den Devil Deal. Gab, oder gab es... Gab es da blaue Herzchen? Guck mal, wie viel Money wir haben. Nein, kein blaues Herzchen. Ein ganzes Herzchen gibt es da. Wir könnten rerouden. Wir könnten mal rerouden. Das ist ein Item, das ist ganz gut für einen Game Break. Blaues Herzchen. Ich glaube, das gönne ich mir. Ja, komm, das gönnen wir uns. Ja, vielleicht zwei Stück direkt. Sehr schön. Den Rest. Na, wir könnten uns das hier holen. Dann noch zwei Schlüssel dazu. Eigentlich wäre es günstiger auch noch die dazu holen, ne? Ah, verdammt nochmal. Doof gespielt, vielleicht doof gespielt. Aber darf man ja. Fehler muss man machen, sonst lernst du nichts dazu. Sonst lernst du nichts dazu. Ah, nice. Money, money, money. Ich würde gerne meinen Horn einsetzen. Aber wie gesagt, money. Ich will meinen Money. Eigentlich kann man auch ganz viel Geld farmen. Unendlich Geld, oder? Wenn ich jetzt mal nur die Spinnen angreife und warte, bis die Spinnen spawnt. Oder? Spawnt die Spinnen keiner? Karte. Okay, jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich hier. Komm, rein da. Ich hoffe auch sehr auf einen Angel-Deal, mein Lieber. Und dann auf Holy Shot. Das ist so ein Item, das würde ich gerne öfters bekommen. Na gut, gibts denen jetzt ein bisschen Kohle, ja? Komm her, du Mistbeer. Ui, ui, ui. Sehr schön. Und Kohle. Okay, gut. Verzeih ich dir. So, ich würde sagen, wir gehen in die nächste Ebene und sind glücklich. Sehr schön. Ah, ich liebe diesen Head of the Keeper, Mann. Oh, ich würde mich gerne einreiben mit dem, mit den Innereien des Kopfes. Hm, diese Bomben weiß ich nicht. Plazenta ist nicht gut mit ihr. Verdammt, sonst heilen wir uns die ganze Zeit. So, was haben wir hier? Das Trinket. Das. Warte mal. Ich spüre mit Tastatur, deswegen ist das blöd. Ich kann nicht so... Mann, Kacke, ey. Das Trinket, das sorgt doch Sachen an, ne? Auch die da? Nein? Oh, das war jetzt voll die Geldverschwendung. Sorgt die nur Gegner oder was? Boah, ist das dumm. Oder? Da muss ich einmal rein und raus. Oh, Mann. Ich dachte, die sorgt alles ein. Na gut, nimm mal das hier mit. Loose. Ich glaube, das ist besser. Ah, okay. Gut, man kann ja nicht immer Glück haben. Aber so können wir ein bisschen mehr Geld haben. Okay, let's go. Let's go. An denen kann man ja auch Geld fahren. Einfach ganz weit leben lassen, oder? Guck mal, zack. Na gut, Sissy macht die jetzt fertig. Oder wir auch. Na gut, vielleicht geht's auch nicht. So, ich würde sagen, let's go, oder? Let's kill everyone. Ja, wir haben gerade eine Spinne gespawnt. Ja, und Sissy auch, ja. Also unser Trinket spawned Spinnen. Ist jetzt nicht so schlecht, würde ich sagen. So. Ja, es passt schon. Passt schon, passt schon. Sehr geil. Let's soundtest. Hallo. Hallo. Bye, bye. Ach, ein dickes Ei. Was ich auch jetzt immer gerne mache, ist einfach Gegner am Leben lassen. Wie zum Beispiel diese Vagina-Schussgeräte. Ja, nix hier. Oder diese Spinnen-Vagina-Schussgeräte. Und dann töten die einen, also für dich Gegner. Das ist auch ziemlich sexy, Mann. Zack, 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 zack. Oh, oh. Fuck. Mann, das sind auch noch meine größte Schwäche, diese Gegner. Diese Hochhüpfen, dann runterkommen. Ah, der da. Ach, nee, ist gar kein Vagina-Schussgerät. Ist dieses... Merk, bitte, Teil. Okay. Ach, du lebst noch? Alles klar. Ich habe schon mehr Lack, aber ich möchte mehr Zähne schießen. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Kriegen wir mehr Kohle. Kriegen wir mehr... Kohle raus. Aus dem Klaus. Okay. Also, wenn Sie... Was wird der... Falls wir gleich Lack-Up-Items finden, müssen wir die unbedingt mitnehmen. Pin? Nein. Game. Oh, Gott. Dann auch noch der Gefährliche. Oh, weg mit dem hier. Vorher anfangen zu schießen. Oh, fuck. Pietri hat mich gerettet. Pietri hat mich gerettet. Ich habe es gesehen. Nimm den Scheißchen mit. Nimm den Scheißchen mit. Nimm noch mal diesen Scheiß mit. Okay. Lass mal rerounen. Vielleicht finden wir erst etwas Interessantes. What the fuck? Achso. Ja, die Vorholly. Nimm die vor. Boah, voll geil. Macht das nichts? Ne, das macht Range-Up, ne? Ist nicht so verlockend, das Ganze. Ich will was besseres... Wirecode-Hanger. Das ist schon geil. Das ist schon sehr geil. Darüber können wir quatschen. Wir könnten ja mal hier mal... Schön an einem spielen. Okay. Was ist das für eine Pille? Das ist doch... Das ist doch, von dem ich rede hier. Oh, what, 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 what? Ey, das ist perfekt für einen Game-Break, ne? Das wisst ihr ja Bescheid. Okay, nett. Wir haben auch noch Gimpy und so einen Scheiß. Alter. Das ist gut, Leute. Wird der Game-Break wahr oder nicht? Wir bräuchten aber dann halt... Eine Donation-Maschine auf der nächsten Ebene. Das wäre perfekt. Was ist das hier? Chariot. Okay, kann man mitnehmen. Ein Black Candle kann man mitnehmen, damit wir keinen blöden Fluch bekommen, weißt du? Der alles zerstört. Okay, lass weitermachen. Lass weitermachen. Oh Gott. Da kommt der Brownie. Ganz ehrlich, immer wenn ich ihn sehe, bekomme ich echt Hunger auf so einen Brownie. So. Ach du Scheiße, machen wir wenig Damage. Aber wir haben auch nicht getroffen. Okay. Das sieht schon besser aus, wenn wir treffen. Perfekt. 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 Ja. Oh mein Gott. Komm, 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 komm. Und jetzt die Typen, der hat nicht mehr viel Leben. Ach du Scheiße. Angel, die Guardian Angel. Komm, wir besiegen auch noch den Engel. Einmal, weil wir so krasse Raudis sind. Oh oh. Zum Glück ist es einer von den schwächeren Engeln. Okay. Genau. Okay. Und bekommt noch ein bisschen Kohle. Genau. Ich habe vergessen, dass das ja auch noch ein Vorteil sein kann. Hier. Zack, 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 zack. Wir brauchen unbedingt Lack ab, Mann. Wir brauchen unbedingt richtig viel Lack ab. So. Das nehmen wir auch mit. Wobei, fuck. Was, wenn auf der nächsten Ebene keine Donation-Kacke ist? Habe ich gar nicht bedacht. Oh oh. Was, wenn es keine Donation-Kacke gibt? Okay. Weiter geht's. Ein Blutspindautomaten wird jetzt mega gut. Leider nicht. Wobei, warte mal. Wir brauchen nicht mal einen Blutspindautomaten, ne? Okay. Hier haben wir noch was. Warte mal. Geld haben wir auch noch bekommen. Wir könnten doch jetzt die ganze Zeit hier gegenrennen. Ich meine, wir kriegen jetzt Schaden. Das ist okay. Pass auf. Gamefee droppt uns ja auch. Wir haben hier noch ein paar blaue Herzen. Das kann man jetzt riskieren. Das kann man jetzt riskieren. So, wir bekommen Geld gedroppt. Ach, stimmt ja. Was wir brauchen ist aber... Fuck. Man kann das hier gar nicht machen. Was wir halt brauchen ist ein... Wir müssen ein blauer Herzchen kaufen können. Ach. Wir müssen ein blauer Herzchen kaufen können. Vielleicht mit dem hier re-rollen? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal, warte mal. Ich bin mit dem Dies-20 bin ich immer noch so ein richtiger... Noob ins Game-Breaking-Anker. Oh mein Gott. Okay. Geil, doch. Hier können wir auch reingucken. Hallöchen. Wer ist denn hier? Zwei Bomben. Kommt zu mir. Ja, wir brauchen tatsächlich irgendwie... Wir müssen uns heilen können mit blöden Herzchen. Na gut. Rote Herzchen kann ich immer benutzen. Rote Herzchen kann ich immer benutzen. Ja. Jetzt ist auch die Frage hier... Die einsammeln oder nicht? Machen wir gleich mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Lass uns mal nichts von einsammeln. Und dann rerollen wir die schon. Oh Gott, sind das nervige Typen. Okay, gut, 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 gut. Dann haben wir auch die Schnauze bekommen. Aber so lassen wir noch mehr Sachen liegen. Ja, ja. Alles bleibt noch plan. Glaube ich. So. Und gleich rerollen wir erst. Natürlich verlieren wir jetzt so die Auflassung. Aber hey. Na, hallo. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Aber hey. Man lernt aus Fehlern. Man lernt aus Fehlern. Oh, da ist der böse Geist. Der jetzt weg ist. So, komm. So muss das sein. Viel mehr. Autsch. Vielleicht bekommen wir ja gleich was Interessantes. Vielleicht noch ein Trinket oder so. Maggie's Bow wäre nicht schlecht, ne? Maggie's Bow. So, komm. Lass uns weitermachen. Noch mehr Geld spawnen. That's the shit we are doing. So. Ein paar Zahnschüsse in sein Gesicht. Ah. Alles läuft noch plan. Ich mache extra Schaden, damit wir noch mehr Sachen liegen haben. Ja, 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 ja. Du hast keine Beweise, dass das nicht stimmt. So. Okay. Vielleicht bekommen wir ja gleich irgendwie, ne? Tour of Diamonds oder Bonus noch Blankard. Und dann haben wir es, ne? Das ist ja der vorletzte Shop auf jeden Fall. Man weiß ja nicht, ist auf der nächsten Ebene der Shop besser oder nicht, ne? Vielleicht gibt es da einen besseren Game Break, aber der sieht schon ganz okay aus. Vor allen Dingen jetzt mit GMP. Heulige Kacke. Okay, 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 okay. Ganz ruhig, ganz ruhig berücksichtigt. Gut, dass wir weitermachen. Was hier so... Oh, Gott, nicht hier. So, das gute Karten. Was ist das hier? Anzuschüsse. Anzuschüsse. So, fertig. Au, 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 au. Au, 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 au. Ich nehme mal das mit, einfach nur für Sicherheit, weißt du? Okay, da ist ein Röder-Takt-Ding. Ach, Gott. Ich sammle einfach mal alles ein. Können eh nicht noch mal rerollen, außer wir haben eine Batterie dort. Verdammt, stimmt, wir haben eine Batterie. Ich kann ja Batterien holen. Das heißt, vielleicht auch nicht so viel einsammeln. Oder gab es da keine Batterien? Das ist jetzt die Frage. Gab es im Shop Batterien oder nicht? Die Technik, erinnere dich zurück an die Vergangenheit. Oh, Gott. Was ist denn? Ich bin festet, oh, oh. So, ein paar Sachen muss ich einsammeln hier, sonst komme ich ja gar nicht mehr voran. Sonst komme ich ja gar nicht mehr voran. Ja, geht doch. Ja, geht nicht. Okay, was haben wir hier? Wir haben unendlich Schlüssel. Das ist schon mal sehr gut für diese Ebene. Was haben wir hier? Entfestet. Keine Ahnung, was das Scheiß macht. Wir haben Tour of Clubs. Kann man ja mal machen. Haben wir ein blauer Herzchen. Was haben wir hier noch so für Sachen rumliegen? Wheel of Fortune. Kann man ja sprengen, glaube ich. Oder vielleicht ist es auch gut für einen Game Break. Dann, ups. Willkommen Tour of Clubs. So haben wir jetzt. Cool, cool. Lass diese Pillen machen. Explosive Diarrhea. Oh, oh. Ein bisschen alles dichteinander werfen hier. Das tun die. One makes you small. Super. Wir werden jetzt ein kleiner, kleiner, süßer. Wir haben gar keine Batterien hier. Oh, das ist schade. Aber. Aber, aber, aber. Entfestet, okay. Aber, aber, aber. Wir haben hier auf jeden Fall Herzchen. Das ist doch sehr gut. Wir könnten jetzt die ganze Zeit Schade nehmen und Herzchen kaufen und ganze Zeit Sachen kaufen. Wir können ja anfangen, hier einfach mal diese Sachen zu kaufen. Zack. Dann holen wir uns noch ein von dieser schöne Sache. So. Pillen. Nein, das ist nicht gut. Nur Pillen zu haben. Guck mal, da seht ihr. Wir bekommen Geld. Das wäre jetzt natürlich mega viel Glück. Aber Herzchen werden, bekommen wir auch gedroppt wegen, ähm. Haben wir auch. Wir haben Gimpy auf jeden Fall. Und, ne, die Tasche haben wir nicht. Das ist alles Gimpy schuld. Glitterbombs werden jetzt natürlich perfekt. Oh Gott, wird das jetzt echt ein 2 Stunden Game Break Run? Oh Gott. Worauf habe ich mich hier eingelassen? So, noch ein Herzchen mitnehmen. Zack. Zack. Und, einmal geht noch. Alles klar. Ich muss mich jetzt nur aufpassen, weil wegen dem blöden, wegen der blöden Tastatur. Warte mal, holen wir uns erstmal hier ein Herzchen, da ein Herzchen. Ups, das war jetzt auszusehen. Sehr gut, hier haben wir Emergency Contact, da öffnen wir alles. Ja. Schlüssel bekommen auch gedroppt. Yay. So. Und, noch einmal. Aber bloß nicht zweimal reinrennen. Wir könnten jetzt hier auch mal ein bisschen Geld aufheben. Brauchen wir ja alles nicht, ne? Okay, die blauen Herzen kann man vielleicht fürs Ende auch bewahren. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Einfach, damit wir am Ende uns nochmal heilen können. In den Hureneffekt gehen können und so einen Scheiß. Okay, gut. Da ist noch mehr Kohle, ich weiß. Komm, die müssen wir auch jetzt irgendwo liegen lassen. Sehr gut. Oh, noch ein wunderbares Item. Das ist so toll. Das ist so toll. Schön. Und wir können es sogar jetzt einfach leisten. Mein Gott. Bekommt ihr ein bisschen, ne? Nachhilfe im Game Breaken. Auch wenn ich selber ein Noob bin im Game Breaken. Okay, let's go. Schön, was ist das? Bloß nicht die Lebensanzeige aus dem Bild. Nein, nein, nein. Oh, schade. Einer ist weg. Da müssen wir jetzt echt aufpassen. Da müssen wir sowas von aufpassen, dass uns das nicht passiert. Jungen, wo kommen die ganzen Fliegen her? Ach ja, ein Festet. Sehe ich ja gleich nichts mehr. Okay. Kommen wir das auch mit. Und... Zack. Mhm, mhm, mhm. One-Up brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich will doch das Teil da nicht mitnehmen. Verdammt. Sehr, komm her. Das ist sehr schön. Gab es hier noch ein bisschen Leben irgendwo? Ja, ein blauer Herzchen, aber die will ich, wie gesagt, behalten. Da müssen wir uns jetzt hier so eins kaufen. Und Glück haben, dass wir jetzt mehr Münzen gehabt bekommen. Nice. Aber ihr seht schon, was das für ein Pain in the Ass ist eigentlich. Ich muss Glück haben, dass ich ganz viele hier so ein Dime bekomme oder sowas. Guck mal, jetzt haben wir schon verkackt, so ein bisschen. Verdammt nochmal, vielleicht mache ich es auch falsch hier. Vielleicht bin ich auch ein Idiot. Okay, ich habe jetzt ein blaues Herz mitgenommen, natürlich, absichtlich. Glaub ich. Ich sage, ich habe das Spiel gleich abstürzt, weil ich zu viele Fliegen um mich herum habe, weil ich ja ganz jetzt spawn. Ja, Maggies Bow brauchen wir. So ist jetzt der Game Break sehr schwer. Sehr, 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 sehr schwer. Ja. Wir können jetzt ganz herzlichen Kaufen und... Ach, verdammt nochmal. Glitterbombs wäre nicht schlecht. Okay, hier haben wir jetzt so einen Teil. Super. Ähm... Können wir uns das jetzt... Gern, zwei Stück vielleicht von denen. Weg. Sehr schön. Ja, da ist er ganz in der Ecke. Okay, wir brauchen halt mehr Dimes. Wir brauchen Geduld und mehr Dimes. So. Tja, im Stream konntet ihr nicht vorspulen. Jetzt könnt ihr vorspulen. Wollt ihr das? Gott, will ich das überhaupt hier weitermachen? Guck mal, was wir für ein Pech haben jetzt. Also brauchen wir für ein Item richtig lange. Oder ich übersehe etwas. Da könnt ihr mir sagen, was ich dumm gemacht habe. Kann ich fliegen einfangen? Nein. Ich meine, wir haben Gimpy und so was. Wir brauchen halt nur die guten Items noch. Glitterbombs und so was. Vielleicht ist die nächste Ebene sogar noch besser vom Game Break her. Wollen wir mal in die nächste Ebene gehen? Lass mal in die nächste Ebene gehen. Ich glaube, wir sitzen hier sonst unendlich fest. Was nicht so gut ist. Wir haben jetzt auf jeden Fall ohne die Schlüssel. Super, super, super. Eine Batterie wäre super. Hätten wir eine Batterie nur. Hätten wir eine blöde Batterie. Und weil das ja so ist, werde ich jetzt, glaube ich... Ja klar, nehmen wir den D20 mit. Weil Hoffnung besteht ja, dass wir es noch schaffen. Eine Batterie wäre jetzt super. Einfach nur eine Batterie im Shop. Einfach mal aufs Beste hoffen. Ansonsten können wir Greed damit one-hitten hier mit unseren Fliegengeschwader. Ach ne, noch zwei Shops haben wir vor uns. Okay. Ähm, wir haben eine Batterie. Super, 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 super. Können wir mitnehmen. Upsi. Absicht. Alles Absicht. So, hier können wir auch noch sprengen. Haben wir genug von der Scheiße. Vielleicht noch Skinsale? Nein? Okay. Aber ein bisschen Money, Honey. Okay. Das hier abchecken. Hallo. Und das kann man auch mitnehmen. Auch wenn wir jetzt nicht mehr so stark sind. Scheiße. Ähm. Gucken wir, was wir hier noch haben. Kann man ja auch mitnehmen. YOLO. Scheiße. Okay. Und, ah. Hier haben wir noch eine Blank-Card, ne? Da kann man auch mit Two of Diamonds schön arbeiten. Okay, lass knacken. Lass erst mal jetzt. Oh, den da hebe ich auf. Lass mal knacken jetzt. Wir haben eine Batterie. Das ist doch sehr gut, oder? Ich glaube, das ist sehr gut. Die sind hier. Oh, Two of Diamonds. Nein, Two of Taps. Schade. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott, machen Sie Schaden. Wir haben eine Batterie. Das ist sehr nice. Wir sind nicht mal Hure machen, so viel Damage. So. Aber das war schon die letzte Welle. Okay, interessant. Komm. Wer mit dem Boss? Oder mit dem Boss Hen? Egal, wie viele Noobs hier sind. Ich werde euch alle vernichten. Okay. Komm, die Mütze. Gott, ist die nervig. Stirb mal, ey. Ich krieg Schaden. Ist okay. Okay, diese Münzen hebe ich auf jeden Fall mal auf. Okay, und lass uns noch den Bevel-Deal holen. Noch ein paar Münzen. Why not, hä? Why not? Schade halten wegen Kohle. Ich glaube, dass nicht getroffen wurde. Ist ein Wunder. Au. Hier ist die Rache. Oh nein, ich muss die Münze aufheben. Oh, Gympie. Hatten wir doch nicht. Woher habe ich dann die ganzen Sachen bekommen? Ich hätte ein Gympie nicht. Interessant. Interessant, interessant, interessant. Okay, gut. Davon brauche ich, glaube ich, jetzt nichts. Ja, fliegen vielleicht, ne? Wenn nicht schlecht, um ein paar Sachen anzukommen. Okay. Rerollen. Yeah. Kisten öffnen. Wir brauchen unendlich Schlüssel. Das wäre jetzt cool. Okay. Ah, was kann man hier von aufheben? Ich glaube, Schlüssel kann man auf jeden Fall... ...beruhigt aufheben. Okay, hier noch eine Batterie. Zack. Da wären wir wieder. So, und das rerollen wir jetzt wieder in der... ...ja, Geld ein bisschen mitnehmen. Wie teuer ist so eine Batterie? Fünf Münzen. Hui. Okay, die High Priest. Oh Gott, hier jetzt alles irgendwie... ...im Überblick zu behalten. Oh, wir haben da ein sehr interessantes... ...item. So, bekommen wir jetzt mehr Münzen raus. Das ist super. Ah, Bloody Penny. Ihre Front. Boah, so viele Ideen für ein Game Break. Aber welcher ist richtig? Oh, wir müssen aufpassen. Das ist auf jeden Fall die Zecke. Die wollen wir nicht haben. Auch mitnehmen hier. Aus dem Weg. Ja, die Pelle ist jetzt nicht, dass die uns so geben könnten. Bombs are key. Ja, das ist doch ganz gut. Ja, richtig. Gut erkannt. Gut erkannt. Jetzt will ich aber das hier kurz auch retten. Pass auf, das verstecken wir jetzt hier. Lops. Und... Das dann nehmen wir mit. So, ich glaube, den Rest brauche ich jetzt hier... Okay, vielleicht den Bloody Penny aus irgendeinem Grund. Ja, stimmt. Bloody Penny und Schaden machen. Aber jetzt fliege ich natürlich. Voll geil. Nicht. Nicht. Okay, und ich... Haben wir sonst etwas, was wir retten wollen? Ich glaube... Nicht. Das heißt, wir können hier mal rerollen wieder. Und ein paar Sachen kaufen. Zack. Hier eine Blankard. Ah, Nannenhaube. Wird es auch mal können. Mr. Battery Man. Wusch. Okay, hier sind natürlich jetzt noch mehr Minzen drin, hoffentlich. Zack, ja. Alles klar. Aber Items bekommen wir hier leider nicht. Die goldenen Kisten sind die... Oh, ohne geschlüsselt. Perfekt. 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 Äh, infested. No, 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 no. Das brauchen wir nicht. Keine goldenen Kisten. Gut, das heißt, noch einmal rerollen. Flop. Oder ich übersehe hier etwas. Ja, okay, eine Kiste habe ich da gerade nicht aufgemacht. Ja, so einfach geht der Game Break, was? Achso, warte mal. Ich will das hier haben. Die ganzen Trinkets nerven nur extrem, Mann. Oh, da haben wir noch den Dice. Okay. Und noch mehr Kohle. Das heißt, auf geht's. Wir kaufen mal ein paar Sachen. Dieses Geld können wir einsammeln. Das ist kein Problem. Alles klar, alles klar, alles klar. Komm, Kiste öffnen. Oh, die rote Kiste. Oh Gott. So, Sachen gesehen. Ähm, du kommst mit. Ja, das können wir aufstellen für den D20. Ist das sehr geil. Ähm, ja, komm her. Pilleneffekte können wir duplizieren. Die 100. Spider-Mod. Nice. Ja, das macht, dass wir zweimal den Effekt benutzen können manchmal. Was auch manchmal nicht so geil ist. Okay, Batterie. Wo ist die? Stimmt ja, müssen wir holen. Bam. Erstmal alles öffnen hier. Die Zecke ist bestimmt irgendwo. Die werden wir gleich bekommen. Okay, Gabi. Hallo. Mhm, mhm, mhm. Ähm, ich würde gerne das hier mit mehr Kohle. Das ist so schön. Ganz viel Kohle hätte ich gerne. So, Ratnik ist aufgetaumt. Achso, okay. Ja, jetzt fuhrt sich hier, aber ich brauche das. Das ist so schwer, alles im Überblick zu behalten. Oh, Cancer haben wir. Würde ich auch gerne behalten. Two of Diamonds. Oh, mit Blank Card. Blank Card, stimmt ja. Two of Diamonds mit Blank Card. Verdammt, jetzt habe ich sie eingesetzt. Ah, wir haben ja eine Blank Card. Okay. Verdammt, wir hätten... Ah, wir brauchen Two of Diamonds. Vielleicht kriegen wir gleich nochmal Two of Diamonds. Komm, nimm das mal mit. Und retten wir das mal. So, mit Two of Diamonds ist es ziemlich sexy maxi. Äh, mit Blank Card. Verdammt. Ruf gelaufen, egal. So, wir haben... Wir könnten jetzt eigentlich ein paar Sachen auch noch kaufen. Komm. Mhm. Noch mehr Geld, was wir irgendeinem Grund bekommen. Halo. Ja. Ja. Komm hier. Gib uns mal ein bisschen Leben. Können wir auf jeden Fall das schon mal hier kaufen. Puh, das wird so ein Chaos hier. Ach, das wird so ein Chaos. Das wird so ein Chaos. Sind hier noch irgendwo... Ich glaube, wir brauchen hiervon nichts mehr. Ich übersehe bestimmt etwas. Ich übersehe bestimmt etwas. Ich übersehe bestimmt etwas. Let's go. Oh, da ist eine rote Karte. Vielleicht ist das Two of Diamonds. Weil dann haben wir auf jeden Fall... Two of Clubs, schade. Ich kann jetzt mal alles öffnen hier. Two of Clubs, verdammt. Bob Spray kann man ja auch mal gönnen. Hier, kommt mir ne mit. Okay. So einfach geht ein verdammter... Two of Spades, interessant. Oh, ganz viel Luck ab. Richtig, wir brauchen ganz viel Luck ab, Mann. Was ist das für eine Karte? Two of Clubs, überall diese Clubs. Ich brauche mein Trinket. Fuck, wo ist es? Oh nein, habe ich... Oh Gott, oh Gott, ich habe mein... Ah. Wo ich mehr Münzen bekam, habe ich gererollt, ne? Ups. Luck ab, sehr schön. Wir schießen gleich nur noch 10, ne? Das ist geil. Verdammt, wir haben ihn... Tatsächlich gererollt, mein... Mein, mein Trinket. Okay, gut, weiter geht's, würde ich sagen. Amnesia. Okay, das ist natürlich jetzt nicht so dramatisch. BFF können wir uns mal holen. Ne mit. Deck of Cards, das ist super. Da haben wir mehr Chancen auf... Du weißt schon? Oh, Chaos. Ja, Mann. Ja, das auch. Chaos. Jetzt haben wir hier schöne Chancen auf coole Items. Okay, so, let's go. Zend worms, nice. Sind jetzt auch noch Gappi. Junge, der wird sowas von leiden. Was ist das hier? Two of Diamonds, nice, 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 nice. So, warte mal. Wie ist das jetzt mit der Blank Card? Das hatte ich auch noch nie. Okay, wir könnten jetzt ja immer duplizieren, ne? Immer duplizieren. Bam. Und alles kaufen. Wie ein Irrer. Okay, wir haben jetzt den Horror-Effekt nicht, aber das kann man, glaube ich, verkraften. So. Duplizieren, kaufen. Able. Junge, ist das verrückt. Oh, duplizieren. Kaufen. Junge, das ist ja, das ist ja die beste, das ist ja der beste Game Break überhaupt. Also der einfachste, auf jeden Fall. Alter, okay, Two of Diamonds nicht vergessen. Tram of Diamonds. Das ist auf jeden Fall der einfachste Game Break. Aber sowas von Kakao. Nimm mit, die Scheiße. Oh, die Krone. Ah, wir schießen aber diese blöden Dinger hier. Die Krone ist auch sehr gut. Dann schießen wir so kleine Diamanten. Kann ich euch leider jetzt nicht zeigen. Verdammt doch mal. Hm. Mehr damit. THD. Wow. Nicht den D-100 einsetzen. Wir kriegen ja so schon alle Items. Was ist das hier? Suicide King. Dup, 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 dup. Okay. Der D-6 wäre jetzt auch ganz witzig. Glaube ich. Neun Leben. Oh, ja. Weg damit. Ist ja scheißegal. So. Two of Diamonds. Jetzt bloß nicht, ich muss das hinzu. Es ging einsetzen. Ne, das wäre richtig bitter. So. Alle gab ja. Hier haben wir noch das hier. Wie geil ist das? So. Vor allem ist doch 34 plus 34 ist doch nicht 99. Ich check das nicht. Wieso kriegen wir doppelt, also. Ach ja, weil das doppelt eingesetzt wird wegen der Batterie. Uh. Diese Pause dazwischen war gerade eigenartig. So. Cursed Eye. Ich meine, ich muss eh aufladen. Kann man sich ja mal gönnen. Ich muss eh aufladen. Komm, jetzt müssen wir aber duplizieren hier. Jetzt müssen wir aber. Jetzt müssen wir aber. Ja, die Tränen gefallen mir nicht. Wegen diesen blöden Head of the Keeper. Verdammt, ne? Das ist nicht so cool. Komm, kaufen wir die HP-Upgrades hier raus. Bam. Oh, das dupliziert alles nochmal. Für die D6 wäre das super. Kann man alles duplizieren. Ach, du Scheiße, ist hier viel los. Ähm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich komm nicht mehr an die Items. Ich muss, ich muss in die D6 finden. Verdammt. Ich muss doch keine bösen Sachen hier kaufen. Oh Gott. Seubing. Nein. Apropos böse Sachen. Was? Oh nein. Oh nein. Wie dumm ist das denn? Wie dumm ist das denn? Oh Gott. Das wäre vielleicht keine gute Idee. Okay. Ja, komm, kaufen wir mal die Scheiße hier weg. Bottle of Pills. Das haben wir dann noch. Breakfast. Nimm ein Goathead mit. Okay. So. Aber da geht der Spaß. Oh, wir haben Soy Milk aufgehoben. Wie bitter. Was ist das? Weiß ich nicht. Thunder Tides. Okay. Was ist das? Sieht man nicht, weil diese blöde Kugel am Weg. Was das macht, weiß ich auch nicht. Peace with you. Aber guck mal, jetzt haben wir so einen Schein um uns herum oder sowas. Ach du Scheiße. Okay, 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 okay. Ach, Mist. Zuser King, bitte nicht. Nein. Two of Diamonds. Ah, das ist doch alles jetzt für den Arsch, ey. Two of Diamonds. Das ist doch jetzt alles für den Arsch. Jetzt haben wir Minisensen. Super. Daddy four. Breakfast. Die Bibel. Dieses Geräusch regt dann irgendwie auf. Wo ist meine... Nein. Herrgott. Oh. Storm's Contact. Also jetzt. Ich meine, was kann schon Schlimmeres kommen außer... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles Zeug, mir kann alles ruinieren. Zeug, mir kann alles ruinieren. Wie viel Damage machen wir? Immer noch zu viel. Eigentlich. Wir haben noch ein Shop, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Das ist doch hier die Devil Deal Ebene. Das heißt, wir haben eigentlich noch ein Shop. Das ist ein Kompass. Ach, ist das böse. Ich gebe mir die Blankard und... Die Blankard und Diamonds. Okay. Two of Diamonds. Ja, oh, danke. Wir haben es halt Bombs noch, ne? Aber wir zahlen mir dafür sehr riesig. Ich hätte jetzt gerne Libra. Okay, Leute. Wollen wir in die nächste Ebene? Ich glaube, es passt alles, ne? Wir müssen halt nur Glück haben, dass wir dort eine Batterie finden oder sowas. Oh mein Gott. 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 Das ist doch doof. Aber ihr wisst jetzt, wie ein Game Break funktioniert, oder Leute? Wieso habe ich... Ach, ich habe jetzt Cancer aufgehoben. Kann ich nicht zweimal Cancer aufheben? Ich habe es noch dupliziert. Habe ich hier nicht zweimal Cancer? Habe ich schon zweimal Cancer? Oder werden Trinkets nicht dupliziert? Ist irgendwie ein cooles Trinket. Okay, ich habe Two of Diamonds. Das ist schon mal super. Luck ab. Ja, geht noch ein bisschen mehr Luck. Geht noch ein bisschen mehr Luck. Ich glaube, wir könnten jetzt machen, oder? Ja. Okay, 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 okay. Dann lass es mal abhauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Two of Diamonds und so. Ah, alles. Aber ihr wisst jetzt, wie es funktioniert. Wie ihr wisst jetzt, wie es funktioniert. Let's go. Ich habe bestimmt wieder etwas vergessen. Ich bin blind und ein Idiot. Wir haben hier keine Batterie. Super. Scheiße. Vielleicht Steam Sale. Kein Steam Sale. Okay. Dann lass uns mal die Scheiße hier raus. auskaufen. Oh, ist auch mal gut. Ah, Tame. Hätte ich auch einen seltenen Messer. Natürlich nehme ich das jetzt nicht mit. Okay. Glitterbombs. Ach, guck mal. Wir müssen halt jetzt nur noch unbedingt eine Batterie rerollen. Wir müssen hier Batterien bekommen. Glück haben und Batterien bekommen. oder die Glitterbombs geben uns Batterien. Keine Batterien. Keine Batterien. Bitte. Batterien. 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 Warte, jetzt müssen wir hier nur ganze Zeit Sachen kaufen. In der Hoffnung, dass wir was bekommen. Können wir hier schon mal eine Batterie kaufen. Dann haben wir es auf jeden Fall. Können wir keinen Fehler machen. Monster Manual. Super. Diamonds. Ja, und weiter geht der Spaß. Guck mal, das kann man hier beliebig dann fortführen. Cool, 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 cool. Können auch hier noch ein bisschen rerollen. Komm. Ähm, ja. Das pay to work. Ach, fuck. Stimmt, der Batterien. Ich bin so ein Dödelhorst. Ich bin so ein Dödelhorst. Batterien. Batterien sind wieder da. Beruhig euch, beruhig euch, beruhig euch. Alles gut. Oh, lass uns mal gucken, wie groß unsere Tränen sind. Oh. Trotzdem werden wir ihn gleich one-hitten. Die Six wäre cool. Ja, oder Goathead oder sowas. Goathead meinte ich. Was ist hier drin eigentlich? Irgendwas Interessantes? Death. Okay. Tja, ansonsten. Also wir werden gleich auf jeden Fall ordentlich aufräumen. Two of Diamonds. Komm, nimm das mit. Böp. Und nehm ich überhaupt auf? Ja, Mann. Ich nehm auf. Gut. Gut, gut. Ja, weiter einkaufen gehen, ne? Boah. Vielleicht können wir gleich richtig viel tonaten. Ich hoffe es. Ja, komm. Das nehmen wir auch mit. YOLO. Wir haben Säumel. Verdammt nochmal. Oh, holy shot. Holy light heißt das. Achso. Das ist so gut, das Item. So gut. Alles klar. Hier haben wir den Tower. Pass auf der Tower. Und Space Item. Nicht zu viele Space Items. Mann, ich hasse zu viele Space Items hier. Dann hat man wieder keinen Überblick. Oh, nimm das mit. Two of Diamonds. Was ist das? Book of Secrets. Okay. Komm, ne Batterie. Kannst du dir mal gönnen gleich. Mhm. Wieder 99 Münzen. Boah, ist das easy game breaking hier, ne? Abaddon. Ja, lass knacken. Mhm. Haben wir noch einen Schatten. Wenn wir getroffen werden, kommen die aus dem Boden raus. Könnt ihr mal alle Items sehen. Hui. Ja, Anna, ich bin wieder am game breaking. Ruf Mama. Ruf Mama an. Sag dir Bescheid. Hab's wieder geschafft. Dadadad. Oh, wir haben jetzt Glitterbombs und noch diese Scheiße. Guck mal, Glitterbombs droppen nämlich... Okay, ich soll's vielleicht nicht hier machen. Glitterbombs droppen dann auch Sachen. Items hier. Ui. Ui. Geil, oder? Voll fresh. Kann man auch, also gut für den Game Break gebrauchen. Aber wir gerade nicht. Wir haben ja einen anderen Game Break. Wir haben ja hier die Blank Card und Two of Diamonds. Easy going. Das ist so einfach. Du hast nur Blank Card, Two of Diamonds. Das ist der einfachste Game Break bis jetzt. Und ne Batterie halt. Und noch viele andere Sachen, auf die du achten musst. Aber voll einfach. So, okay. Ähm. Und ich hab aus dem Zäumelk aufgehoben, Jana. Ich muss mit Jana reden, weil ihr seid ja die Kommentare. Ihr könnt nicht direkt mit dir interagieren. Ich hab noch davor kurz gesagt, hm, jetzt aber bloß kein blödes Item mitnehmen. Puh, Zäumelk. Ui. So dumm. Jetzt guck mal, willst du meine Tränen sehen? Ui. Die füllen den Raum aber fast. Die füllen den Raum fast. Die füllen den Raum fast. Okay, gut. Hatten wir fast. Gut, Leute. Ich glaub, ich mach weiter, oder? Was willst du hier noch finden? Godhead oder was? Ah, ich kann es jetzt stundenlang weitermachen. Oh, Tech Five ist ganz nett. Ähm. Brauchen wir nicht. Aber ich nehm's mit, weil ist scheißegal. Okay. Batterie. Sehr schön. God, ich seh nichts mehr. Der ist cool. Hier ist Seda-Theme. Der schießt sich, ähm. Ähm. Sag schon. Er schießt. Sacred Heart-Schüsse. Two of the... Der ist cool, Leute. Der ist cool. Komm, wir machen mal. Kaufen wir von hier aus wieder. Zack, zack, zack. Kriegen nur Breakfast. Oh, wir haben einen Sack. Der ist richtig gut. Wenn... Guck mal, mit diesen Glitter-Bombs ist der jetzt mega crazy. Weil der kriegst du immer nur Batterien. Wenn der Sack gleich droppt. Ah, wo sind die Säcke? Droppt er nicht? Hey, Säcke! Da ist ein Sack. So, und dann kriegen wir so ganze Zeit Batterien. Oder auch nicht. Okay, gut. Aber hier liegt eine Batterie rum. So. Range up. Continuum wäre vielleicht nicht schlecht. Oh, jetzt haben wir noch Bomber Boy. Aber ich hätte immer noch gerne, verdammt nochmal, Dr. Fetus. Ich bekomm den einfach nicht. Ich bekomm Dr. Fetus einfach nicht. Was soll der Schüsselbubbel? Yo, wir kaufen das hier. Das ist ganz witzig. Broken Stop Barsch. Nimm mit, die Kacke. Hier haben wir noch Mr. Mega Heilige Scheiße. Das müssen jetzt aber fette Explosionen sein. Und? Yeah! Uh, wenigstens sind die Bomben cool. Okay, 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 okay. Ach, sei mir, die dumme Kuh. Ach, sei mir, die dumme Kuh. Two of Diamonds. Friendzone. Was haben wir hier noch? Lost Contact. Gut. Okay. So. Die Karte. Sind hier irgendwo Geheimräume? Nein. Grimstone Baby. Oh, ich sollte jetzt vielleicht duplizieren hier. Stimmt, diese Autobatterie ist das mega geil, Mann, weil das ja doppelt eingesetzt wird. Voll gut, Mann. Oh, Geheimräume? Ne, kein Geheimraum. Na, 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 na. Jetzt werden das wieder zu viele Space-Items hier gerade. Die Batterie, keine Ahnung. Ich glaube, ist auch ganz nett, die zu haben. Two of Diamonds. Galo. Okay, nimm das auch mit. Um Himmelzwellen, nimm es mit. Capis Airball. Ist das super, dass wir halt Chaos gefunden haben. Achso, wir haben keine Kohle. Alarm, Alarm, Alarm. So, und wir haben wieder Geld. Super. Okay. Ja, das... Jammer. Das ist... Was passiert, wenn ich eine Bombe lege? What the fuck? Hä? Guck mal, was passiert ist. Eigenartig. Okay. So, dann haben wir noch das Multikulti-Baby. Oder wie es auch heißt. Like up noch mehr. Sehr schön. Okay. Aber Godhead und so will sich nicht zeigen, ne? Oh, das Licht ist auch ganz nett. Blank Card. Hallo? Naja, habt ihr jetzt auf jeden Fall verstanden, das Prinzip, oder? Ihr könnt ja vorspulen, so ist es nicht. Oh, jetzt sehen wir auch mehr. Super. Super, super, super. Der D6 wäre jetzt auch ganz angenehm, ganz ehrlich. Oh, flip a coin. Was macht der? Keine Ahnung. Das mit, kommt natürlich auch mit. Hier die Batterie. Manchmal zerstört die Batterie Game Breaks, aber so geht's. Ja, jetzt dürfen wir natürlich das nicht aufheben. Weil dann kriegen wir nur Pillen. Oh, Leute. Ich hau jetzt ab. Ich hau jetzt ab. Wir reloaden jetzt damit. Okay, cool. Schade, ist leider in die Luft geflogen. Mensch. Warum nur? Mr. Mega, oder wie heißt der Dr. Fidesz, finden wir jetzt leider nicht. Der will einfach nicht. Die dumme Kuh. Batterien haben wir jetzt auch nicht mehr. Ja, doch, hier ist noch eine Batterie. Aber die Blankart ist weg. Ach, ich hab sie in der Hand. Gut. Ups. Was sind wir da noch? Ich weiß gar nicht, was da für ein Item zu sehen ist. Was ist da? Ach so, da ist der Pieper. Jesus-Jews kann man auch gönnen. Ja, komm nur mit. Oh. Eigentlich mal haben wir das Detail gefunden. Das ist auch so ein Item, das ich irgendwie nie bekomme. Zack. Und wo ist die Batterie? Zack. Was ist da noch? Die Leiter? Jep, damit wir auch mal irgendwo ankommen. Was das ist, weiß nicht. Breakfast, okay. Gut, ihr blöden Babys. Mach mal Platz. Ich seh nichts. Diese Game Breaks sind einfach so süchtig machen. Verdammt nochmal. Oh, da ist der... Der... Wessel, oder wie das heißt. Oh, Two of Diamonds. Verdammt. Oh, nein. Gut, wisst ihr was? Auf geht's. Wir sind glücklich, oder? Guck mal, wie... What the fuck? Wieso schießen wir so? Was ist das denn? Das sieht eigenartig aus. Ach, wir haben Tumor. Ja. Ah, Edmund hat auch geschrieben, dass das eigentlich ein Fehler war, wenn du die Tumorform hast, dass du nur zur Seite schießt. Ähm, und jetzt haben wir halt die Tumorform, aber schießen auch noch unsere normalen Tränen. So. Sehr gut. Empress. Okay, lass mal alles wegfetzen. Also, damit, dass wir... Oh, guck mal, wie geil. Was für gar keine Farben wir haben. Huch, das sind geile Farben. Komm, nochmal, 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 nochmal. Oh, wir haben Bamboo. Wo kommt der denn her? Wann haben wir Bamboo gefunden? Den haben wir nicht gefunden. Wo kommt... Eigenartig. Oh, guck mal, ich liebe diese roten Tränen da. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Pures Massaker. Okay. I like. Da platzen immer noch irgendwelche Tränen auf, was ich nicht verstehe. Okay, komm, hier. Solange wir Geld haben, können wir noch weiterkaufen. Kauf diese scheiße Black Powder. Danke. Das ist die Slot Machine. Oh, Gott. Hierzu werfen mit der Slot Machine. Das ist naiv. Okay, Leute. Wir kriegen keinen D6 oder so. Ich würde sagen, wir gehen einfach jetzt weiter. Okay, gut. Sind wir alle glücklich. Das ist schön. Ich würde gerne das hier mitnehmen. Einfach, weil das lustig ist irgendwie. Test, test, test. Irgendetwas hat sich disconnectet. Aber was hat sich disconnectet? Nicht, dass ich jetzt ihr mich die ganze Zeit nicht gehört habt. Oh, mein Mikro. Mein Mikro. Mein Mikro. Mein Mikro hat einen Wackelkontakt. Ah. Da, 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 da. Ey. Habt ihr mich gerade die ganze Zeit nicht gehört? Dann hört mal auf jetzt hier. Hör auf zu liegen, Leute. Oh, Gott. Habt ihr mich die ganze Zeit nicht gehört? Ich krisse ein Besen. Okay. Hierauf verrannt doch. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ich weiß gar nicht, was sich alles gibt. Einfach mal vernichten. Einfach mal vernichten. Ach, er funkt. Guck mal, der Nachbar funkt wieder. Deswegen. Weil Jana auch die Probleme. Alter, stell dir mal vor. Guck mal, er funkt und mein Mikro funktioniert nicht mehr. Was soll der Bullshit? Komm, jetzt weil ich so wütend bin, gehen wir jetzt mal Greed kurz onehitten. Easy going, oder? Verdammt nochmal, du dumme Kuh, du Nachbar. Nur weil du neidisch bist, dass ich bessere Tränen habe. Bam, 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 bam. Au. Ach, stimmt, wenn ich getroffen werde, spawne ich ja überall noch. Heilige Muttergottes, Bomben. Okay. Let's go. Ultra Greed. Okay, komm, einfrieren, 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 einfrieren. Okay, onehitten ist was ganz anderes. Ah, immerhin. Verliert ja so gut wie kein Leben. So ein Scheiß. Wir müssen ihn einfrieren. Aber ich glaube, das wurde schon gefixt. Junge, einfach, einfach, einfach schießen. Einfach schießen, ich sehe eh nichts mehr. Pupp, pupp, pupp. Gott, machen wir wenig Schaden. So, was ist das denn da? Was liegt da auf dem Boden? Irgendein Trinket, glaube ich. Yoga. Ich bin gespannt, wie wir gleich einzahlen können in den Automaten. Wahrscheinlich nur eine Münze. Ja, Leute. Guck mal, egal wie stark du bist, wohlzeuglich ist, stärker. Ah, Gottchen. Hä? Wenn wir die Trinket sich auch nicht entscheiden, ob sie den Continuum-Effekt haben oder nicht. Hey, okay, 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 okay. Oh, was habt ihr eingesetzt? Ach so, nee, wir haben nur ohne die Schlüssel. Hatte schon, dass ich da was geöffnet? Kommt schon aus, wird man mit dem Freund. Junge, es kann sein, dass wir den nicht schaffen. Verdammt nochmal, was ist denn der Scheiß? Edmund hat ja auch geschrieben, dass er, ähm, dass es einen aus Versehen war. Also, nicht aus Versehen, sondern, ach, hört er mich überhaupt? Auf jeden Fall, dass Tyron ein bisschen übertrieben hat mit dem Waffen von, äh, Ultra-Greed. Dass er ein bisschen zu viel Leben hat. Ich weiß gar nicht, wie er auf die Idee kommt. Ich meine, so ist wenigstens jeder Kampf, äh, besonders, ne? Kann ich schon verstehen. Wo ist Tour of Harz, verdammt? Wo ist das? Ich brauche Tour of Harz. Oh mein Gott, da spielst du das gleich ab. Ich brauche Leben. Hilfe. Tour of Clubs, okay, sup. Oh nein, oh nein. Ich habe dieses blöde Space, die Trinket. Hatten wir hier Tour of Clubs? Okay, nein, was ist das hier? Tour of Clubs, ich habe aus Versehen. Oh, ich habe so ganze Zeit Angst gehabt, dass das passiert, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh. Hört mich nicht, ne? Hört mich nicht. Super, super, super. Jetzt aber wieder. Test, test. 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 T segments. Oh Gott. Her. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.